was uns da drin erwartet dazu kann man die tür nicht zu machen alles mitnehmen was nicht liegt und nage fest ist wir was zusammen craften du 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 Sollte von hier. den skars habe aber einer heißt ja schon der mit dem nabe dann den können sie ja nicht gemeint hat bei der namen stand ja selber drauf wie die muss wenn man sehr viele sachen und gerät und ich Was ist hiermit? Versuchen wir es. Na los, rein da! Wunderbar. Komm, wir müssen aus dieser Schule raus. Sofort. Irgendwie müssen wir zur Straße runterkommen. Hätte er am liebsten einen Molotow-Docktail hingeschmissen. Hätte ich gar keinen. Wie gestreckt. Okay, wir müssen noch rüberspringen wollen. Okay, Achtung. Okay? Ja, der ist weg. Die Schaufe! Schaufe! Die Schaufe! Sie haben ihn nicht, wir sind schon aus. Auch hier haben Sie einen Geist. Er Minuten Redukt. Was? Und wieder eine Karte. 30, 40, 40. Hier brauchen wir 60. Nicht anzünden. Wir müssen zur Straße. Und? Ach! Dann... ... war aber nicht gut. Ach! Ach! Ne, da hab ich nur getauscht. Ja. Hm. Nein. Gut, dachte ich auch, aber... ... erst mal ne. Dann haben wir viel Zubehör für Waffen Aufrüstung. Jetzt müssen wir erst mal noch ne Werkbank wiederfinden. Hm. Hm. Okay. Sieht gut aus. Ja. Scheint okay zu sein. Gut. Schau mal her. Sie gehört zu denen. Hm. Dann scheiß auf sie. Lies den Brief. Jordan. Isaac lässt uns für zwei Wochen beim TV-Sender Wache schieben. Scars wurden dort gesichtet. Hier ist etwas zur Erinnerung leer. Ja. TV-Sender. Meinst du, sie ist noch da? Wir müssen's rausfinden, oder? Ja. Es ist bei diesen hohen Gebäuden. Da lang. Okay. Holen wir uns Lea. Hm. Komisch, dass sie sich nicht fragen, was sind Scars? Oder eine von denen fragt, was sind denn Scars? Und dann sagt die andere, das sind das und das, ne? Dann würde man das wenigstens verwissen. Oh nö. Keine Aufklärung, was Scars sind. Auf zum TV-Sender. Alles klar? Ja. Ich dachte schon, es ist aus. Übrigens, danke für die Rettung. Na klar. Das sind also die Wolves. Schwer bewaffnet. Ja, allerdings. Bist du, es würden so viele werden? Tobi meinte, das wäre möglich. Ändert das was für dich? Nein. Äh. Äh. Halt die Augen nach Patrouillen offen. Hier waren ein paar, die versucht haben, mich auszuräuchern. Wie viele? Bin an zwei vorbeigekommen. Aber da waren mehr. Sobald sie merken, wir sind aus der Schule raus. Und dass ihre Freunde tot sind. Werden sie nach uns suchen. Die einfach so angegriffen haben. Diese Leute sind nicht wie wir. Was wenn wir Flüchtlinge wären? Was wenn wir... ...brauchbare Infos hätten? Scheint denen alles egal zu sein. Hey. Hat doch gedrückt halten für die Karte, oder? Da hat sie die Karte jetzt nicht mehr. Kann gedrückt halten, wie ich will. Die geht immer ins Menü. Gibt es jetzt nicht mehr. Du siehst du schon da. Eine zweite Frage. Wie viele hat das? Und du hast den Weg nachdenken. Und du hast die Reaktionen. die map kann man selber jetzt nicht mehr aufrufen so wie ich das jetzt sehe es wird bestimmt angezeigt so weit man das kann nur wieder ich frage mich ob in diesen gebäuden noch irgendwas ist irgendwas ist dort immer und sei es nur so und so fittichen zum beispiel diese karte das ist wie student ja kluck kluck und wieder alles verbarrikadiert okay 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 gehört aber trotzdem schön wenn man die karte noch mal wieder weiter benutzen könnte sagen ja hier waren wir hier kommen noch nicht ich kann ich kann die map nicht aufrufen oder es ist nicht mehr nötig was die vase kaputt gemacht eine ming vase hätten wir noch gut verhökern können ich habe gedacht der drin ist was fest versteckt ich habe gewollt dina frisches blut bereit Tue ich aber nichts hier. Nur die Leiche hier. Ah! Kommt von unten? Kann das sein? Äh? Warum hat sie den hier nicht aufgehalten? Ist ja von unten hochgekommen. Wo kam der denn dann her? Ja, das ist ja so. Okay. Vielen Dank. Es ist schön, dass man sich hier so schön umsehen kann, ob man auch nicht was findet. Wir haben jetzt 19 Pillen. Okay. Es ist echt gut gekommen, wenn Ellie jetzt Marco und die andere Polo. Äh, Schade. Naja. 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 Weiß, was... Wer das Spiel ja zu Ende gewinnt. Ja. Oh. 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 Wie's aus dem Arschloch hälte, als ich ihn aufgeschlitzt habe. Also... Was hast du mit ihr vor? Lea, meine ich. Herausfinden, was sie weiß. Herausfinden, wo die anderen sind. Dann weitersehen. Willst du sie fragen, warum sie es getan haben? Ja. Entschuldigt, Leute. Aber mein Aufnahmegerät ist schon wieder abgekackt. Diese verdammte Hitze, Mann. Aber ich habe gerade angehalten. Das ist jetzt heute schon das zweite Mal in dieser Aufnahme. Wie seht ihr das an? Seattle tauscht einen schlechten Machthaber gegen den Nächsten. Was meinst du, wie alt das ist? Wenigstens ein paar Jahre. Die haben das bestimmt aufgehängt, gleich als es mit dem Militärberg abging. Muss schrecklich für die Leute gewesen sein. Erst der Ausbruch, dann Fedra, dann die Wolves. Ich frage mich, wie viele geblieben sind, um sich der WLF anzuschließen. Gute Frage. Ich frage mich, wie viele geblieben sind, um sich der WLF anzuschließen, um sich der WLF anzuschließen, um sich der WLF anzuschließen, um sich der WLF anzuschließen. Ich frage mich, wie viele geblieben sind, um sich der WLF anzuschließen, um sich der WLF anzuschließen, um sich der WLF anzuschließen. Die Kreditkarten haben sie anders betitelt, oder? Ja, gut, ich bestimmt, was Copyright gründen, bestimmt. Motel ist das, Motel, nicht Bungalus. Motel. Ah, hier kann man rein. Motel. Motel. Und wieder was Craft-mäßig. Motel. Motel-Wir da jetzt rein? Abgeschlossen, also könnte man auf jeden Fall rein. ein schlangen bringt nichts ich bin rückseite ich will mir erst mal hier vorne erst mal umschauen okay ich denke mal da könnte man mit dem container da wo ein können zumindest sieht das so einladen aus ob es wirklich einladen ist eine andere frage gut nein Da können wir rein. Oh. Oh, das war's mal. Ich war mir auch schon. Ihr werdet das dann verweste leichter irgendwas und wieder was wieder eine karte Rockefeller aber nicht wie Rockefeller aus oh ja, die hat schon mal die Tür geöffnet ok ja, ich hatte recht weiter hier weiter gehen ich kann mal kurz gucken hier hier so, ja, gut da ist dann wohl ok barrikadiert sehr schön dann hoffe ich mal, dass wir nichts übersehen haben ist doch naja, beim nächsten Mal sind wir dann gründlicher ja ok und was willst du jetzt damit tun bin gleich zurück ich halte Wache ok 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 ungefallen Sprengfalle, genau. Weil eine Mausefalle dran ist, nennt man das Sprengfalle. Was? Nicht... Hm. Eingang und Ausgang. Hm? Hm? Ich kann die Gebäude immer noch sehen. Wie willst du das machen? Äh, mal sehen. Okay. Oh, da vorne. Ein ganzes Stück hin, ne? Ja, so ganz ohne Pferd, ne? Mal sehen, was wir finden werden. Ein richtiges Stück hin, ne? Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020